In der Woche vom 23. Januar setzt die IG Metall die Streiks beim Windanlagenhersteller Vestas weiter fort. Die Beschäftigten werden dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Am Dienstag hat vor der neuen Deutschlandzentrale die Kundgebung stattgefunden. Die Beschäftigten von Vestas bemühen sich, einen Tarifvertrag mit der Geschäftsleitung von Vestas abschließen zu können. Das unterstützen wir. Wir würden uns nie in Tarifverhandlungen einmischen. Aber als SPD und als SPD Hamburg sind wir große Freunde und große Unterstützer von Tarifbindung und von bestehenden Tarifverträgen. Davon profitieren alle, Arbeitnehmer wie Arbeitgeber. Bisher hat sich die Geschäftsführung verweigert, Tarifverhandlungen mit der IG Metall aufzunehmen.